Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Elyon Game Studio in der Alpha 7.3.3, da oben seht ihr die grünen Drohnenbasis meins. Genau, die haben wir annektiert. Ne, ich habe noch einen Kern unten drinnen aufgestellt. Und wir sind jetzt dabei eigentlich alles nur noch. Was will ich denn mit der 5? Ich will die 6. Zu da montieren. Antenne? Was gibt denn das? Auch nochmal lecker Sachen. Ja, dann nehmen wir hier draußen natürlich auch noch alles mit. Das ist doch... Was? Selbstverfreilich? Jawohl. Gibt es hier sonst noch etwas interessantes? Ne, ne? Krass, dass man das von außen alles gar nicht sieht. Was wir unten alles schon zerlegt haben, bzw. was unten auch in Stein gebaut war. Gemeißelt wurde, genau. Ups. Ähm. Ich höre da was. Irgendwas, was mir gar nicht so gefällt. Aber kann auch gar nichts mehr sein. Hier können wir mal reingucken. Jawohl. Die... Hm. Ja, dann sollte ich vielleicht Jetpack mal voll werden lassen. Das reicht auch nicht. Ei. Denn so. Aha. Man kam doch nicht komplett rein. Ich wollte ja nur mal drauf gucken, was ja nichts bringt, weil da ist ja überall offen. Richtig. Dit. Können wir mitnehmen. Elektronik, Stahlplatte, Computer. Was? Ach, da war ein Licht drauf. Man. Ich erschrecke mir doch bei sowas. Da sind nur Lichter drauf. Da nicht mehr. Da ist Kante und da ist auch Kante. Das ist die grüne Kante, das ist die rote Kante. Ja, sowas gibt es hier alles, ne? Jawohl. Davor abgeschmiert. Dann bohr ich mir hier durch. Ne, da muss da auch ein Licht drauf sein. Genau. Ja, eins wichtig. Jep. Damit sehen wir das hier, wo es hingeht. So. Das sind immerhin mechanische Komponenten. Motor, Stahlplatten, Nano-Röhren, alles. Könnte man natürlich jetzt auch aufmachen, aber da kann ich es nicht so schön abhauen. Ja, da unten siehst du es, da waren wir überall schon drin. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich hier vorbei hopse. Dann war es das. Das hier oben nehmen wir natürlich auch noch alles mit raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir waren. Hier ist noch alles drin, das wundert mich. Denn wir waren doch schon so weit. Wir haben doch hier schon alles rausgeklaut. Bis auf Pflanzenlichter. Ja, hier könntest du dann genauso runter und hoch gucken. Boah, ja leck, was ist denn heute los? Ja, so weit waren wir. Oder sind wir hier raus und hatten die Taschen voll? Das sieht so aus. Dann bin ich ja hier drüben rein und hab da geguckt. Ach genau, siehst du. Und hier sind wir dort. Und hier sind wir da auch schon wieder raus. Genau. Auf der Seite hatten wir alles leer. Hier geht es nämlich auch raus. Und dann waren wir nämlich hier drüben. Und konnten nicht alles rausnuten. Siehst du, siehst du. Wird mir der überhaupt angezeigt? Über P-Geräte? Kern ist meiner. Licht, 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 Licht. Sitzbank. Nein. Es wird mir gar nicht angezeigt. Das verstehe ich nicht. Wieso wird die mir noch angezeigt? Der wird doch gar nicht mehr. Aus, ein. Ja. Zeige ich mir auf den Hut. Wo ist denn die? Ja, die Kaltür. Die ist da oben. Dann gucken wir uns da oben dann auch nochmal an. Jetzt nehmen wir das alles mit. Hier geht es auch raus. Oh, ich finde diese Tunnelsysteme so cool. So gelungen. So geil. Diese Belüftungssysteme alles noch. Hier geht es auch raus. Wo geht es denn hier eigentlich hin? Hier kommen wir dann genau zu den normalen Sachen. Hier. Aber so weit waren wir ja noch gar nicht. Halt. Wir waren doch noch hier unten drin. Mist. Irgendwo unten drin. Hier unten drin. Genau. Und wir wollten doch hier noch weiter abpassen. Den gibt mal her. Die hat man zum Glück schon alle leer gemacht. Das ist fein. Ja, dadurch kommt man an solche Sachen rein. Ja, da wo ich nicht reingucke, ist natürlich noch was drin. Jawohl. Dann gibt mal her den Kladderrad datsch. So, da haben wir das auch. Und das auch. Und dann geht es ja nur noch eins hoch. Ach. Ist es jetzt auch nicht? Ne, ist es auch nicht. Ich dachte schon. Aber das war ja auch von unten nicht zugänglich. Genau. Dann klauen wir mal hier die ganzen Armaturen raus. Auf jeden Fall werden wir dann auch Waffen ausprobieren müssen. Ich hoffe mal, das vergesse ich nicht. Wenn, schreibt es mir mal bitte in the Comments. Kommentare. Damit wir uns das nicht so umständlich machen müssen mit dem Sprengstoff. Ich mag den jetzt nicht mehr. Seit letzter Folge. Nicht, weil es Krachbum macht und böse ist. Nein, nein. War ja vorher mal lustig, aber das macht einfach mit dem bisschen Krachbums zu wenig Wirkung. Und da probieren wir einfach mal Raketenwerfer und Konsorten aus. Was ist denn das? Es geht doch von draußen rein. Oh, nicht das. Lithium. Glasfaser. Hab ich gar nicht gesehen vorhin. Ich muss mal überlegen, wie oft wir hier reingeguckt haben und vorbeigelaufen sind. Das ist ja krass hier. Auch noch. Wollte ich gerade sagen. Deko. Da geht es tief rein. Ach nee, das ist die andere Seite. Jawohl. Ja, 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 ja. Und die nehmen wir trotzdem mit. Ja, jetzt habe ich wieder das Problem. Äh, hier drüben. Automatik. Tür. Löschen. Ansonsten hat man das auf der Karte gesehen. Und hier siehst du auch den kleinen Strich. Der ist normal. Das ist die Kartengrenze sozusagen. Wenn du durchfliegst, kommst du dann hier drüben auf der Seite raus. Oder auch anders gesagt. Die Karte wird einfach gedreht bis hier rüber. Und du spawnst dann an dem Punkt. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Müsste aber schon eher so in die Richtung kommen, dass du dort spawnst. Ansonsten könntest du ja einfach immer im Kreis weiter fliegen. Aber das funktioniert ja hier noch nicht. Es geht ja nur mit diesen Map-Grenzen und dann da drüben rauskommen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Dann ist es halt so, ne. Machen kannst du eh nichts gegen. Außer sich ärgern. Und was bringt's? Nichts. Ach, hier. Das sind Ablagen. Werd ich hier mal gleich reingucken können. Ich dachte, das wären auch welche Bänke. Da stand da vorher Bank, oder? Nachtsichtgerät. Sollst du auch mitnehmen? Hatten wir hier überhaupt schon eins gelootet? Nee, ne. Wenn du das im Inventar hast, kannst du nämlich über T. 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 Nee, nicht über T. Was mache ich denn mit T? Bin ich blöd? Mit L. Kannst du Licht an, Licht aus? Oh, das muss ich denn auch. Wird mit der gleichen Taste im Spiel innerhalb hin und her geschaltet. Zwischen. Das Gerät muss im Inventar sein. Und du musst einen... Ah, einen Helden tragen. So rum war das. Helden? Damit geht ja automatisch leider Sauerstoff weg. Dann kannst du... Iiiiih, guck mal. Wir haben Nachtsichtgerät. Ah, und jetzt wird es auch noch hell draußen. Mist. Ja, so sieht die Welt mit Nachtsichtgerät aus. Ich mache mal wieder aus. Da siehst du, eigentlich ist es dunkel. Oder fast dunkel. Und nochmal. Licht, normal und quietschbunt. Jawohl. Braucht man unbedingt. Deswegen mache ich jetzt auch wieder einen Helm aus. Wieso haben wir denn eigentlich noch nicht die Nachtraptoren und sowas gekehlt? Achso, halt mal bis jetzt. Keine Schocks. Wieder. Ich wollte ja auch noch was essen, deswegen. Ja. Eigentlich könnten wir schon wieder auskippen, aber das braucht man jetzt normalerweise nicht. Wollte mich ja auch nur auf der anderen Seite mal reinschrauben, ne? Naja, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn mehr. Da falle ich nur sonst wohin. Das sind überall noch Licht aus. So. Wo hat man das Zeug jetzt her? Hier her. Äh, machen wir wieder einen. Ist die Bänke hier unten? Ah, hier unten habe ich die gesehen. Höhö. Fupp. Fupp. Ja, da können wir die auch noch mitnehmen. Da drüben waren auch noch welche. Hm, die klemme ich mir doch auch gleich. So. Dich nehmen wir mit. Da war auch nichts mehr drin. Jawohl, dich nehmen wir mit. Und dann haben wir es hier auch schon wieder fest geschafft. Raus ja. Nein, wir holen erst mal da drüben die Bänke. Und dann raus ja. So. Treppen könnten wir mal abbauen. Ja, und mitnehmen. Äh, eingezlechtert hat er mir sowieso nichts weiter. Nee. Ach, den Kern muss man ja noch mit. Komm ich hier. Gegendrücken. Jawohl. Demontieren. Ah, nee. Den hat er auch nur. Demontiert. Dann kannst du hier weiter hin zerlegen. Jo, da kommst du dann hier rein. Wäre mal nice den Krater zu sehen, wenn man hier alles ausbaut, oder? Äh, nee, mache ich jetzt aber nicht. Auch nicht später. Dann zerlege ich lieber eine Titan mal wieder. Aber das war mir zu aufwendig, mit dem jetzigen Bohrgerät die auszugraben. Das macht keinen Spaß mehr. Fehlt einfach, ähm, der grüne Strahl, den gibt es nicht mehr. Wo ist denn da ist er? Da ist er ja. Äh, nehmen wir jetzt die Basis mit. Macht keinen Sinn, normalerweise. Wir können jetzt die beiden anderen hier noch uns holen. Hier die beiden... Die beiden Fotos. Ich will kurz sagen, wo ist die andere hin? Eisenlager. Was ich noch brauchte, war Prometrium, ne? Beim Prometrium könnte man aber mal ausprobieren, was so ein Cosa macht. Oh ja, das will ich auch wissen. Wenn wir jetzt genug Ressourcen haben, könnte man mal so ein Automatik-Ding bauen. Was? Ach, das ist meine Tür. Mann! Ähm, hierfür nehmen wir aber... Halt! Eva Boost raus. Den leichten weg. Den schweren rein. Eva Boost wieder rein. Helm ab. Dann können wir nämlich auch in die andere Basis rein. Reiterieren. Auf allen Vieren. So, das brauchen wir alles nicht. Eisenbahn. Wo sind sie hin? Die können wir doch gleich verwerten. Eisenbahn raus. Das auch raus. Das da hin. Das hätte ich hier reingepackt. Und das hätte ich da drüben reingepackt. Dass wir da was zum Sprengen haben. Was zum Heilen haben. Munition dafür. Munition dafür. Für... Für dich haben wir nur 484 Schuss mit. Nur. Kannst du Kriege mit anfangen. Rund, dün, 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 dün. So, Eisen da rein. Ach, wir brauchen nur noch Kupfer und Siliziumbahn. Ja, Siliziumbahn wäre jetzt nicht das Ding. Da könnte man ja... Und Kupfer auch nicht. Bräuchte man ja nur die Lichtdinger, die man reingekriegt haben. Hier diese Glasfasern reinschmeißen. Damit hätte man das automatisch. Aber nee, das fetzt ja so gar nicht. Ja, was braucht man sonst noch? Ja, hier, das geht jetzt leider alles kaputt. Ja, das ist gleich kaputt. Laserpistole. Sowas könnten wir alles mal ausprobieren. 100 Schaden mit einer Pistole. Brauchst halt Laserpistole in Zelle. Und kriegst die... Pistolenmunition nicht. Die 9mm sozusagen nicht kaputt. Also nicht kaputt, sondern nicht, ähm... Weg. So, hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Was hatte ich denn sonst da oben drin? Sauerstoff. Den möchte ich auch bitte wieder drin haben. Mal hier unten irgendwo Sauerstoff rumliegen. Nein. Mir geht es nur darum, dass ich auch ab und zu mal hier wieder auffüllen kann. Denn die Zellen... Nee, die noch nicht. Wir nehmen die Zellen. Und dann können wir auch mal gucken, dass wir den hier wieder aufgefüllt kriegen. Geräte. Nee, Hauptbereich. Auffüllen, auffüllen. Da braucht man nichts. Hier haben wir drin. Ähm... Rest Hammer. Y, V, F. Was ist denn von hier aus am nahesten? Nö, wir nehmen den. Wir nehmen den sichersten. Was heißt sichersten? Der oben drauf, der ist mir erstmal... Oh, nix. Hier ruckelt's. Ja, ruckelt's. So. Wo ist der Eingang? Ja, so rum. Was? Was war das? Das war doch eindeutig eine Rakete. Und wer hat die geschossen? Die kommt irgendwo von hier? Ich hab's auch noch genau gehört, wie's ging. Die müsste doch jetzt noch einer schießen. Hä? Ist ja nicht nur, dass ich's gehört hab, aber aus dem... ...rechten Ohr so... ...wuff... ...sondern, dass die da auch noch geflochen ist. Seltsam. Doch nicht. Die machen hier. Das ist doch ein Bäumchen. Normales Bäumchen. Gut, hier wäre der Eingang. Wir können ja mal... ...spassenshalber... ...hier landen und gucken, ob irgendwas brüllt. Und... ...hier landen und gucken, ob was anderes in die Hand. Man hört nichts. Man sieht nichts. Seltsam. Aber du hast ja auch gesehen, die Rakete, oder? Da! Was macht der hier draußen? Hä? Alter, da sind noch mehr. Und da ist... Wow, da sind viel mehr. Und was sind das für Typen? Wieso schießen die mit Raketen? So. Halt, du spät. Und wieso sind hier auch so viele... ...Spider? Jetzt mal, klingt das bei dir auch so scheiße. Das ist... ...Buh. Das ist... ...Buh. Seltsam. So, das war... Entschuldigung, wieder abgerutscht. Oh, mein Gott, dass ich die gerade noch so gesehen habe. Stimmt, bevor ich wäre da drin gewesen? Wo kommen die her? Ähm... ...das klingt noch nach einer Lebenden. Bin ich drauf gelandet? Will ich das wissen? Ja, will ich wissen. Muss ich wissen. Da. Quatsch. Bop. Die hat's auch zerlegt. Ach, die waren doch vorhin auch noch nicht da, oder? Da hinten ist noch eine. F, 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 F. Ist auch schwierig, wenn du so lange unterwegs bist hier mit dem Ding. Ich hab ja wieder... ...die andere Rüstung an. Da. Na, jetzt. Jetzt doch nicht. Na, na. Hier pfeift was. Ist das da Wind? Ja. Dann müssen wir nachher nochmal... ...gucken. Wo die Typen herkommen. Das ist jetzt schade um das Fleisch, ne? So. Hier war nichts. Sind die schon dispernt? Geht das jetzt mittlerweile so schnell? Dit... ...sieht so aus. Hier hatte ich nachgeladen. Die kamen von dort oben. Das müssen wir dann mal in der nächsten Runde machen. Ich werde mich hier gerade angeblinkt. Ich bedanke mich für's Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn's euch gefallen hat. Sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder... ...zu Empyreion Galactic Survival... ...von Eleon Game Studio in Alpha 7. Bis dahin, auf Wiedersehen und... ...S하고... ...sch Szigrie... ...s Exact. ... 6ortalabend l navalg yes... ...in der draft list. Vielen Dank.